Hi und willkommen zu diesem Video. Und zwar geht es um das Update vom 13. Mai 2020. Wir dürfen in Jorweg vier neue Pferde begrüßen. Einmal, wie ich ihn nenne, einen Mistfallbraunen, einen Graufalben, wie ich denke, einen, wie ich finde, sehr schönen Fliegenschimmel und zu guter Letzt diesen etwas dunkleren Hallomino würde ich jetzt mal sagen. Außerdem werden auch die voll ausgerüsteten Konomaras noch bis zum nächsten Mittwoch hierbleiben.